3 2 1 Servus Leute Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal und lange 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 ist es her dass hier wirklich schon mal ein Minecraft Video kam und heute stell ich euch den Skylaros Server vor. Mit dabei ist er Emgar und ja wer Emgar noch nicht kennt kann gerne mal auf seinem Kanal vorbeischauen Schleichwerbung am Rande und ja wie ich gerade schon gesagt habe ich stelle euch heute den Skylaros Server vor es ist eher ein Skype-HIP Server als sonst was es gibt hier natürlich auch Skyblock und ja also du oder es werden bald noch Minigames äh das klingt doch super und und da behalt behältst du natürlich dann deinen Rang auch komm erstmal wirst du sagen ich bin low ja ne eigentlich will ich es damit nicht sagen aber es ist einfach OPS verricht man halt instant wenn man kein ob drin hat oh shit ich kratz grad so ab bist du eher bad oder eher einfach alles mögliche alles mögliche du okay auch Fortnite weil du gesagt hast das in das ist halt kein ja ich habe jetzt halt vor paar Tagen erst noch mal so richtig mit YouTube angefangen hatte so eine Art Pause sag ich schon mal erst mal gemacht war ein bisschen inaktiv aber jetzt versuche ich wieder vieles zu bringen ja also wie gesagt hier auf dem server gibt es auch Skyblock was ich euch allerdings gleich zeigen kann oh fuck halbes oh shit war dann doch ziemlich knapp als lag oder? ja na komm und wieder ein lag tut mir derzeit ziemlich leid aber es ist ja wegen den mobs auf der normalen Welt welche wir dann welche ich dann gleich eigentlich ausstellen sollte dann bleibt es nicht mehr so extrem boah das war Glück heute Abend wieder ein Event ja jeden Tag jeden um 20 Uhr ist das Event und am Samstag sogar Big Event oh nice heute ist Freitag wenn das Video online kommt schaue ich mal wann und am Samstag findet dann auch noch ein PvP Event statt das klingt doch spannend dann hält mich auf jeden Fall kaputt und ich bin auch tot ja ja du kannst auch von mir ist die erste also die erste Welt ja mache ich ja gerade also ich bin ja jetzt hier gerade gestorben bin jetzt in der sag ich jetzt mal Hauptwelt hier wo auch schon Skylaro.net steht aber es geht auch natürlich Skylaro.de ja aber mit Sext Help kann man sich natürlich noch die Hilfe Liste holen hier steht was zu dem Elite Rang hier zum Master Rang hier zum Titan Rang genau das sind die drei Ränge welche wir früher nur gelost haben und die findet man jetzt auch bei der Rang Info also das ist eh egal und hier halt Oldschool Sky PvP einfach runterfliegen naja was heißt fliegen einfach runterfallen da sind doch schon wieder so krasse OP Typen ja da gibt es auf jeden Fall wirklich gute ist halt so bei Events wir hatten schon so krasse OP Sachen verteilt ja oh shit oh ich wurde von ein zweier Team geholt hm ok naja aber ich zeig euch mal kurz Skyblock ja genau Skyblock ja das hier ist meine Skyblock gestern um wieviel Uhr war das? 19 Uhr angefangen hab jetzt hier kistenweise alles voll nur mit dem Event was ja die Events sind wirklich immer was da alles verteilt wurde hier das hab ich alles oh bis auf hier die paar Sachen alles nur vom Event ja das hier jetzt die stündliche Belohnung aber hier oben zum Beispiel Ranggutscheine hier Präfix Gutscheine hier Präfix Gutscheine was haben wir denn hier noch? Legendär Case AMS Case Präfix Case Spawn Egg oh schon sehr viel ja und wenn einer von euch YouTuber ist kann man natürlich auch mal Slash YouTuber machen den YouTuber Rang kann man schon mit 150 Abonnenten erreichen mit 75 Aufrufen pro Video aber ich denk mal ja ist dann doch ziemlich früh würd ich sagen also ja dafür dass der Server schon 25 Spieler hat das ist gestern waren sogar beim Event 40 unser Rekord ist 160 also ich habe auch schon öfters mal hier vom Server gehört aber jetzt so aktiv noch nie was ja seit gestern bin ich hier richtig nicer Server ja das freut mich auf jeden Fall ja das freut mich auf jeden Fall ja was gibt es noch so Spannendes hier ist ein Shop auf jeden Fall es gibt den Shop den habe ich gerade gemacht gemacht aber rein durch könnte ich mir gerade mal den Extreme kaufen ich habe fast 30.000 äh 30 Millionen das heißt ich könnte mir sogar Biest kaufen obwohl ich schon Biest habe ja lohnt sich aber nicht weil du eh nicht so bist ja aber was gibt es noch so möchtest du noch irgendwas spezielles vorstellen ich möchte nicht mehr viel sagen auf jeden Fall es lohnt sich bei den Events dabei zu sein bei den PvP Events die Gewinner bekommen den besten Rang welche 10 Euro kostet aber ansonsten ja ansonsten passt nicht hast du eigentlich alles schon vorgestellt was man hier oh was kann man denn noch hier alles erleben aber ich habe so grob mal das vorgestellt was ich bisher erleben durfte ja du hast auch das meiste schon vorgestellt ähm auf jeden Fall kann man bald noch viel viel mehr leben denn es kommen ja die Minigames ja ja die sind dann doch ziemlich ziemlich gut und da kommen auf jeden Fall ziemlich viele Minigames wir werden uns richtig Mühe dabei geben ja auch das war so sage ich jetzt mal das Statement vom Owner vom Server der liebe MGA TV ja so und das war es wirklich schon vom Video auch wenn es jetzt nicht so lange ist hoffe ich dass es euch gefallen hat und ich würde mich freuen wenn ihr diesen Kanal abonniert eine positive Bewertung da lasst schaut auf jeden Fall bei MGA vorbei wir sehen uns dann im nächsten Video aus rein und ciao bis mal und bis mal Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018